Herzlich willkommen zu einem neuen Shop Video. Heute hatte ich schon gesehen, es gibt das Recher-Paket, das Recher-Paket heißt glaube ich jetzt Shop und das ist wieder ein Starter-Paket, das werde ich euch jetzt kurz zeigen. Allerdings, wenn euch die Videos gefallen, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, um dann bis Ende des Monats 100 Abonnenten zu erreichen. Da habe ich mir auf jeden Fall extrem nice Support, würde mich richtig freuen und jetzt schauen wir uns mal das Paket an. Ja, genau das rote Recher-Paket. Hier haben wir einmal den Skin, einmal das Backpack und einmal den V-Bucks hier für 4,99. Ist auf jeden Fall ganz nice. Sieht nicht schlecht aus der Skin. Ja, ist jetzt aber auch nichts allzu besonderes, würde ich sagen. Kommen wir jetzt in den Items-Shop und gucken mal, was dort heute alles drin ist. Okay. Alter, gibt es viele neue Sachen. Also, wir beginnen mal hier mit der Magengranate. Okay. Einmal im dunklen Stil, sieht ja noch gruseliger aus. Also, das ist im Prinzip ein verfolter Burger. Ähm, ja. Sieht eigentlich ganz nett aus, wobei ich den Tomato-Skin noch mehr feiere. Ich finde, der ist in Ordnung, aber hier Tomato-Skin so, sieht schon saugeil aus. Vor allem in der Nacht-Version. In der Nacht-Version sieht der Skin echt nice aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Auch mit dem Backpack. Sieht auf jeden Fall nice aus. Gefällt mir. Dann haben wir hier, passend dazu, den Stachel-Klatscher. Als Redlings-Klatscher, im Prinzip mit Stacheldraht rum. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Hat einen ganz niceen Sound. Dann haben wir noch den rostigen Pizzaschneider. Sieht eigentlich auch ganz nice aus. Also, das Set gefällt mir auf jeden Fall. Ähm, wobei ich eher der, äh, die, den Tomato-Skin feiern, ähm, nehmen würde. Ähm, und dazu gibt es auch wieder neue Emotes. Und zwar einmal Team Burger. Und dann Team Tomate. Vielleicht, äh, deutet das auf dem Event wieder hin. Zwischen, äh, Tomato, äh, zwischen dem Tomato-Skin und der Burger. Oder beziehungsweise zwischen Pizza, Pit und, ähm, dem anderen. Und der Burger. Hier sieht man es ja auch bei den Überresten, ähm, Ladebildschirmen. Sind hier die beiden Skins. Und, oder vielleicht kämpfen die auch zusammen, eh mal gegen die Retail-Root-Zombies. Ähm, ja. Auf jeden Fall alles ganz nice. Gefällt mir. Dann haben wir Elektro-Swing. Warte nicht, gestern auch schon drin. Oder vorgestern. Ist auf jeden Fall nice, die Mode gefällt mir. Dann haben wir das Banner-Schild. Finde ich echt ganz cool. Außer wenn, äh, das Skin diese Pose macht, weil dann einfach der Arm im, ähm, Schild hinten drin hängt. Finde ich aber echt ganz nice. Äh, vor allem, wenn man ehemals Level 100 ist. Gefällt mir. Ich glaube, den kaufe ich mir. Für 400 V-Bucks geht das auch vollkommen klar. Das ist nice. Dann haben wir noch, äh, den Sonnenmove-Charakter. Ist ganz in Ordnung. Ist jetzt aber auch nicht mein Lieblings-Skin. Und als letztes haben wir noch Schuhplattler. Ist auf jeden Fall witzig. Und ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Dann schauen wir noch mal ganz kurz in den Rette-Welt-Modus rein. Und ich würde mich natürlich auch über ein Like freuen. Und schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare, was ich vielleicht noch verbessern kann. Ähm, wäre auf jeden Fall super nice. Ich versuche das dann auch immer umzusetzen. Ähm, ja. Falls ihr Vorschläge habt, irgendwelche Musik, die ich unter die Videos legen kann. Schreibt das gerne auch unten rein. Ja. Jetzt gucken wir noch mal hier, was es für ein Lama gibt. Es gibt es allerlei Lama. Das ist ziemlich schlecht. Um ehrlich zu sein. Man bekommt gerade mal einen Überlebenden. Und wirklich eigentlich auch nur eine Falle, die man braucht. Und dafür ist es ein bisschen teuer. Ja. Das war es mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.